Einen wunderschönen guten Tag da draußen, alle begeisterten Rally-Fans und willkommen hier zurück zu Let's Play Dirt Rally 2.0. Heute geht es weiter und zwar bei der Rally-Karriere. Wir sind aufgestiegen beim letzten Mal von der Open-Meisterschaft hoch zur Clubman-Meisterschaft. Beim letzten Mal haben wir das mit dem guten Lancia geschafft, ein Fahrzeug der H1-Klasse und ich bin ja mal gespannt, welches Auto wir jetzt nehmen. Ich habe es eigentlich schon mehr oder weniger euch gesagt, wir werden den Audi Sport Quattro nehmen, Gruppe B Fahrzeug, Allrad betriebenes Fahrzeug, 5 Zylinder, 2110 Hubraum und ganze 550 PS. Das ganze Ding müssen wir noch reparieren und das werden wir auch mal ganz kurz machen, das kostet uns einige Credits. Und genau, wir wollen dann noch in die Forschung entwickeln für bessere Leistung, denn das Motor Mapping 1, ihr seht es gerade, das hat ein großes Problem bezüglich der Leistung. Wir könnten noch das erweiterte Tuning kaufen, werden wir auch kaufen, den Rest habe ich schon gekauft und dann würde ich einfach mal sagen, warten wir doch nicht mehr lange. Wir beginnen und zwar das Ganze in Australien, es werden 6 Events sein, a 4 Etappen und die erste Etappe ist 6,64 Kilometer lang, Höhenunterschied von 86 Metern und das Ganze kurz vor der Abenddämmerung um 18.10 Uhr, das Ganze bedeckt und das Ganze wie in Australien normalerweise auf Schotter und mittlerer Schotter. Ja, wir werden auch mal die Klappen in der Herausforderung machen, wo die KI um einiges besser ist als bei der Open Meisterschaft, was auch so ein bisschen mit dem Fahrzeug zusammenhängt. Das bedeutet, ich werde hier wahrscheinlich das ganze Ding nicht gewinnen und wir werden wahrscheinlich nicht aufschreiten und zwar in die Profi-Abteilung. Das ist aber nicht der Sinn der Sache, denn ich habe im Community-Tab ja auch schon weismachen lassen, dass wir auch nur noch hier diese 6 Etappen fahren werden. Mal gucken, ob ich die euch ganz kurz präsentieren kann. Die Event-Details, so sieht es aus, zumindest in Australien. Wir sehen jetzt leider nicht, wie das weiter ausgeht. Skat-Reihenfolge, Event-Details, ne, 36 Fahrzeuge sind dabei. Mal gucken, wie wir hier durchkommen werden. Ich habe auf jeden Fall Bock. Ich hoffe, ihr habt auch gute Laune mitgebracht, denn die braucht ihr bei mir grundsätzlich. Und ich werde natürlich hier versuchen, so wenig... Danke. Ich werde natürlich hier wenig sagen, weil ich mich voll konzentrieren muss auf diese Etappe. Ich wünsche euch viel Spaß und vor allem gute Unterhaltung und auf ein paar gute Fails. 3, 2, 1, let's go! 3, 2, 1, let's go! Bleibt lang! so viel konzentration mit dem fahrzeug hier in drei rechts in fünf links in vier rechts über kuppe in sechs links lang macht zu fünf über kuppe 50 sechs rechts über kuppe 80 drei links nach zu 250 kuppe in fünf links lang macht zu drei lang in sechs rechts über kuppe lang macht zu über kuppe lang macht zu drei macht auf sechs rechts über große kuppe und sprung maybe in vier links macht auf 30 sechs links in sechs rechts in sechs links macht auf über kuppe lang in sofort drei rechts kurz 80 bergab fünf rechts über kuppe in vier links 80 kuppe bergab fünf links 50 5 rechts über kuppe in links links rechts halten für 120 achtung drei rechts über kuppe macht zu eins in zwei links doch ganz ehrlich das ding ist auch so widerschönsfähig über kuppe dieser kleine pölle kinder in vier links lang macht auf über kuppe und sechs links und vier rechts lang über kuppe macht zu zwei jawohl in fünf links langsam drei hat keine kraft verdeckt macht zu 40 drei links macht zu über kuppe in vier rechts oh da schreift irgendwas hinten in drei links macht auf über kuppe 50 eins rechts macht zu zwei sekunden nur in sechs links macht auf über kuppe 70 fünf links über kuppe in senke und achtung fünf rechts macht zu zwei über kuppe 50 bergab eins links macht zu und vier rechts lang über kuppe macht zu zwei macht zu in fünf links macht auf über kuppe in fünf rechts über kreuzung 30 vier links in sechs rechts eng voll links 40 vier rechts innen bleiben über kuppe und sprung in drei links macht zu don't cut in vier rechts macht auf über kuppe in achtung zwei links macht auf über kuppe macht zu eins 50 über kuppe bergab zwei rechts macht zu in zwei links 40 da muss man aufpassen vier rechts über kuppe in fünf links sehr lang macht zu vier über kuppe in drei rechts über kuppe macht aus aufgeholt 90 in drei links titel Kuppe, in vier links, macht auf, 50, sechs links, über Kuppe, 120, sechs links, 100, voll rechts, über große Kuppe und Sprung, 50, über voll, 80, sechs rechts, Ziel, gut gemacht. Ja gut, das Auto geschrottet, 1,6 Sekunden und am Ende doch noch zurück, oh mein Gott, es ist jetzt nicht viel, es ist eng und das Auto sieht auch nicht gut aus. Zweiter, hey, ich bin zufrieden. Ich habe ein gutes Gefühl, aber warten wir auf die Zeiten. Aber das Auto sieht scheiße aus. Durch mal die Bollen, aber die Sprünge heftig. Am Ende nur 10. Alter, ja, 14 Sekunden, ich kenne es leider nicht anders. Kausse, Rieschern, hohe Motorraderminatoren, kaputter Scheinwerfer, scheiße, weh, sie sitzt gleich nackt. Okay, erste Etappe absolviert, erst mal 10. Aber das ist das Problem, was ich so ein bisschen auch an der KI leider euch mitteilen muss. Man kann sich beim zweiten Mal schon keine Fehler mehr erlauben. Mit dem Landzieher ist es wirklich so, dass es wirklich wunderbar funktioniert hat. Da waren wir viel zu weit vorne und jetzt tun wir uns hier extrem schwer. Und das werden wir durch das gesamte Let's Play jetzt nochmal erleben. Also genießt die Fans, genießt diese Schkakekai. In meinen Augen ein bisschen zu Schkakekai, weil du kannst dir keine Fahrfehler mehr erlauben. Das haben auch schon andere jetzt in den Kommentaren geschrieben und ich sehe es genauso. Das ist ein Kritikpunkt. Start, 80 Kuppe, 50 voll links über großen Sprung, 50. Okay, wir müssen aber auf jeden Fall das Auto reparieren. Das muss ganz bleiben. 5, 4, 3, 2, 1, los. 50 Kuppe, 50 voll links über großen Sprung, 50, 6 rechts, 120, 6 rechts über Sprung, bleibt lang, in Achtung, 2 links. Jo, das war jetzt aber in meinen Augen nicht so angesagt. Aber ich weiß jetzt, wo ich gehe mit dem Sprung. 5, 4, 3, 2, 1, los. 80 Kuppe, 50 voll links über großen Sprung, 50, 6 rechts über Sprung, 50, 6 rechts über Sprung, 60, 6 rechts über Sprung, bleibt lang, in Achtung, 2 links. Aber ja, bleibt lang, das ist eine Ansage. Okay, die ich dann überhört habe. Macht auf, über Kuppe, 50, 6 links, 80, voll mittig über große Sprung, 50, 5 rechts lang, macht zu 3, über Kuppe, lieber nehme ich hier was raus, ey. 50, mittig über große Sprung, in 6 links, in 5 rechts, don't cut. Wo die Sprünge haben, ist aber echt in sich, macht aber Spaß. In 4 rechts lang, über Kuppe, in 5 links, 50. Eine Sekunde Vorsprung, aber ja, was ist die Zeit vom wirklich führenden? In 3 links, in 3 rechts, in 4 links, über Kuppe lang, 30, 5 links, in 4 rechts, und gerade über Kreuzung. In 4 links, macht auf, über Kuppe, in 4 rechts, macht zu, in 4 links, lang, über Kuppe, macht zu, 2, in 4 rechts, lang, macht zu, in 5 links, in 5 rechts, in 3 links, macht zu, über Kuppe, 30. Wo ist das Auto? 6 rechts, übersprung, maybe, Achtung, langsam, 30, 6 rechts, über Kuppe lang, in 1 links, 30, Kuppe, Achtung, 2 rechts, macht zu, in 2 links, in 2 rechts, über Kuppe lang, 50. 2 rechts, verdeckt, macht zu, in 5 rechts, 5 rechts, noch leichter Vorsprung. 3 rechts, 30, 4 links, lang, über Kuppe, macht zu, 3, eng, in 6 rechts, 50, über Kuppe, macht zu, über Kuppe, 5 rechts, lang, in 3 links, macht zu, über Kuppe, in 2 rechts, macht zu, in 2 links. Jetzt ernsthaft. Moment mal, ganz kurz, ich will die früher haben. Früher, noch früher, wohlgemerkt. Ja, weil die Ansagen kommen mir immer noch zu spät. Also, viele Ansagen kommen mir deutlich zu spät. 6 links, 30, 6 rechts, 5 links, 80, 5 rechts, lang, macht auf, über Kuppe, 30, Achtung, eng, 4 rechts, macht zu, in 4 links, 50. Kuppe, und 3 links, kurz, macht auf, über Kuppe, 30. 5 rechts, 5 links, 5 rechts, macht zu, 30, 3 rechts, in 4 links, übersprungen, macht zu, 2. Macht auf, über Kuppe lang, 30, 4 links, 50. Was ist das gewesen? 5 links, 30, 4 rechts, lang, macht zu, über Kuppe, 30, Achtung, 4 rechts, lang, macht zu, eng, 30, vollmittig, über Kuppe, 50. 4 rechts, über Kuppe, macht zu, in 3 links, macht zu, über Kuppe, eng, in 4 rechts, in 3 links, in 3 links, macht zu, über Kuppe, eng, in 4 rechts, in 3 links. In 4 links, lang, macht zu, 2, macht auf, über Kuppe, 30, 6 links, über Kuppe, oh, ist das dunkel hier. In 6 rechts, täuscht, und links Abzweig, 30, 5 links, lang, macht auf, bis Kuppe, das war genau richtig. Alter, da steht eine Kraft. Ja, komm. Auto, komm. Also die Schilder bringe ich ja mal komplett raus, teilweise. Naja, wenn es der Führende wäre mit den sieben Sekunden, dann würde es noch gehen. Voll mittig, über Kuppe, 120, Kuppe, 50, links halten, über Kuppe, 4 links lang, 30, Kuppe voll, 60, 5 links, 30, 30, 30. Kann ich sein, dass ich irgendwo einen Platten wieder habe? Das ist mein Eindruck wieder. Macht auf, über Kuppe, 30. 5 links, über Kuppe, sehr lang, macht zu, 2, lang. Mein Problem war aber schon die erste Etappe. 5 rechts lang, macht zu, 3, macht auf, sehr lang, an Kreuzung. In 6 rechts, macht auf, über Kuppe, 50, Achtung, 3 rechts, über Kuppe, macht zu, in 2 links. Macht auf, 30, 5 rechts lang, über Kuppe, 50, Achtung, 5 rechts lang, macht auf, über Kuppe, 30, 5 links lang, macht zu, in 3 rechts, macht zu. In 3 links, in 4 rechts, macht auf, 30, 2 rechts, macht zu, cut maybe, über Kuppe, in Achtung, 4 links, über Kuppe, 4 rechts. In 5 links, macht auf, über Kuppe, macht auf, über Kuppe, 80, voll mittig, über Kuppe, 100, voll rechts, über großen Sprung, 50, 4 links, macht auf, über Kuppe, 80. 4 links über Kuppe in 4 rechts lang über Kuppe in 4 links macht auf über Kuppe in 5 rechts über Sprung in 4 links lang Asphalt was? 50 links 6 macht auf über Kuppe in 5 rechts macht auf über Kuppe in 5 links macht auf 100 voll rechts über Sprung lang 80 Achtung über Brückeeng 2 links in Don't Cut 3 rechts macht auf über Kuppe in Gabel 4 links über Kuppe 50 Schotter 4 links lang macht zu 3 über Kuppe in 4 rechts Don't Cut macht auf voll mittig über Kuppe in 5 links in 4 rechts lang macht zu in voll mittig über Kuppe 100 sinke in 6 rechts in Achtung 4 links macht auf über Brückeeng 60 6 rechts in 5 links lang macht auf 30 4 links über Kuppe lang macht zu Achtung Don't Cut 3 über Brücke in 2 rechts lang macht zu über Ziel gut gemacht Nein komm 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 vorwärts über die Brücke und go boah oh mein Gott ja aktuell bin ich vierter aber in der Gesamtabrechnung wird das leider deutlich so wie P18 und P19 sein aber es hat sich schnell angefühlt also ich war wirklich schwer weshalb das Auto schon am Arsch ist gut das habe ich aber schon halb geschrottet durch die erste Etappe 9er okay ey damit bin ich da bin ich jetzt positiv überrascht okay 9er bisher ist ja jetzt gar nicht so okay ich nehme alles zurück 10er 10. insgesamt aber damit kann ich zufrieden sein mit dem halb kaputten Auto bin ich damit echt zufrieden okay machen wir den Servicebereich noch aber ich bedanke mich fürs Zusehen was euch gefallen hat lasst einen Daumen nach oben da und sonst geht es weiter mit der 2.0 bei der nächsten Nachtfahrt von dem her mach's gut heute rein und tschüss